Hallo zusammen, ich wollte mich nun mal wieder zwischendurch melden. Es ist zwar nichts wirklich Großes passiert, aber das hält mich normalerweise auch nicht vom Reden ab. Die letzten Monate waren ein bisschen konfus, das habt ihr ja auch mitbekommen. Hatte ich auch schon im letzten News-Video erwähnt. Also einmal wegen dem Brüderchen von meiner Tochter, der Probleme im Krankenhaus hatte, mehrmals hin musste. Dann war ich selber auch krank und deswegen sah der Upload-Plan halt auch aus, wie er aussah. Aber es hat größtenteils dann auch hingehauen. Jetzt normalisierte sich das alles wieder ein bisschen. Also die letzten anderthalb Wochen, die ich sehe, gab es jeden Tag bei jedem Projekt eine Folge, wie sie das gehört. Und das hoffe ich auch weiter beizubehalten. Dann in Rimworld, Spoiler alert, also morgen geht die Staffel zu Ende. Das heißt, ich werde ab Folge 115 müsste das sein. Dann mit der Alpha 16 anfangen. Ich nutze aber keine extra Playlist dafür, weil allgemein bei Rimworld bisher zumindest ist die Länge von so einer Festung ja doch recht abschätzbar. So 30 bis 50 Folgen. Und da in der Alpha 16 recht viele neue Feature dazukommen, worauf ich schon recht gespannt bin, denke ich auch, dass es nicht so lange dauern wird, bis es wieder zu Ende ist. Also wenn ihr Interesse habt, in die Alpha 16 reinzugucken, einfach aktuelle Playlist von Rimworld. Da wird das hinten mit rangehängt. Dann Arx Fatalis hat mir noch so ein bisschen Bedenken bereitet. Da habe ich ja richtig reingehauen am Anfang und war auch tierisch motiviert. Bin ich jetzt, es geht, muss ich ehrlich sagen, da das Spiel doch recht viele Stellen hat, wo man denkt, okay, ich mache jetzt alles richtig und dann verbaut man sich irgendwas. Also sei es nun mit der Sache mit der Shanie, die ich nicht retten konnte, dann kommen jetzt auch noch die Schlangenfrauen, da kann man auch in eine Falle reintappen und sowas ist halt echt doof. Und ich habe auch das Gefühl, mehrere Sachen zu verpassen, weil man scheinbar random irgendwo hingehen muss, weil man keinerlei Hinweise hat, wo man hingehen muss. Und das ist ein bisschen unpraktisch. Ist alles in allem noch ein schönes Spiel, aber ist halt, wenn man das komplett blind spielt, doch ziemlich, ja, unangenehm, sagen wir es mal so. Das heißt, da würde es sich echt anbieten, irgendwann mal noch einen Run zu machen mit einem neuen Charakter, wie ich auch schon mal angesprochen hatte, der die ganzen Fehler nicht macht, damit man auch sieht, wie das Ganze ordentlich ausschauen kann. Muss ich aber schauen, ob und wann ich das mache. Dann habe ich jetzt gerade heute bei Eye of the Beholder zwischen Folge 19 und 20 mal wieder eine Kartenfolge gemacht. Bisher kam ich gefühlt zumindest mit der Orientierung in Eye of the Beholder 2 sehr gut klar. Also es gab ein paar Momente, also gerade als wir in diesem Untergebiet eingeschlossen waren, wo man nicht schlafen konnte, da hatte ich ein wenig die Orientierung verloren, weil es halt ein recht großes Gebiet war. Und durchgehend Gegner kamen und man konnte sie nicht heilen, man konnte sie nicht ausruhen, das war recht hektisch. Aber sonst konnte ich mich eigentlich ganz gut orientieren. Ich weiß, dass Zuschauer damit ein bisschen mehr Probleme haben, selbst wenn ich das mit der Maus steuere und selbst wenn ich mich zwischen dem bewegen, also ich bewege ja mit der Maus, immer mit der Maus hin und her und dann klick, einen Schritt vor, Maustücken bewegen, klick, einen Schritt vor, ist eigentlich einigermaßen nachvollziehbar. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche, als wenn man selber spielen würde. Und jetzt zwischen Folge 19 und 20 war es halt notwendig, noch eine Karte zu zeichnen, weil ich sicherstehen wollte, dass ich nichts verpasst habe. Ich denke, das wird bei einigen Leuten gut ankommen und ich habe dann auch in Folge 20 die Karte wieder reingenommen und blende die dann sporadisch wieder ein, um zu zeigen, wo ich bin, um zu zeigen, wo ich hingehe, also ähnlich wie in Eye of the Beholder 1. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchgehend beibehalten werde. Zum einen, weil es halt recht viel Aufwand ist. Normalerweise gucke ich die Folgen auch nicht nach, wenn ich sie schon aufgenommen habe. Also ich nehme auf, dann bearbeite ich das, dann kommt das Rauschen raus und so weiter und dann rendere ich das und lade es hoch. Aber wenn ich das mit der Karte mache, dann muss ich wirklich die gesamte Folge noch einmal gucken und dann zuhören, wann sagt er, und jetzt zeige ich euch da auf der Karte und dann muss ich halt im Renderprogramm gucken, wo ist das und dann muss ich das dann reinschneiden und da rüberlegen und dann an der richtigen Stelle rüberlegen und auch wieder ein- und ausblenden. Das ist halt nervig. Und die gesamte Folge muss ich jetzt einmal durchhören. Das heißt, für jede Minute, die ich aufnehme, muss ich noch mal eine Minute die Folge hören und dann noch mal pro jede Minute ein paar Sekunden die Bearbeitung. Also das ist schon wesentlich mehr Aufwand als sonst. Das ist der eine Grund. Und weil ich eigentlich das auch recht gut nachvollziehbar finde. Also wenn wir jetzt wieder an einen Punkt kommen, wie dieser abgeschlossene Bereich oder jetzt zwischen Folge 19 und 20, dann schon. Aber ob ich das jede Folge mache, denke ich eher nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, Icewind Day läuft super. Macht irre Spaß. Auch wenn ich gefühlt mich dem Ende näher. Also der Turm ist da schon recht interessant und ich denke, danach kommt nichts mehr. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es fühlt sich schon nach dem Ende an. Was ein bisschen früh wäre. Ich meine, wir sind jetzt erst bei Folge 44 rum. Da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Also wenn man das vergleicht mit Baldur's Gate. Hm. Mal gucken. Aber vielleicht bin ich da auch nur auf dem falschen Weg und es kommen noch drei, vier Dungeons danach. Was ganz schön wäre. Weil Icewind Day 2 wurde noch nicht in die Enhanced Edition überführt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das machen werden. Also das Entwicklerteam, das die Enhanced Edition macht. Denn Icewind Day 2 nutzt, glaube ich, eine andere Engine. Oder zumindest ein anderes Regelwerk, weil es AD&D 2.5 oder 3 nutzt. Oder sogar 3.5. Irgend so ein Mittelding war das. Wo man dann bei jedem Level-Up auswählen konnte, was für eine Klasse man gerne hätte. Und noch ein paar Regeländerungen. Das heißt, die Jungs werden da Probleme haben, das alles zu vereinheitlichen mit den anderen Enhanced Titeln. Weswegen sie das wahrscheinlich nicht machen werden, weil es zu viel Arbeit ist für zu wenig Geld. Aber mal gucken. Müssen wir schauen. Also das wäre schön, wenn Icewind Day 1 noch ein bisschen länger dauert. Und wenn Icewind Day 2 irgendwann kommen würde. Und sonst XCOM. Oh ja, das ist schön. Das XCOM nähert sich auf keinen Fall in den Ende. Wir hatten ja in der letzten Staffel schon bis Folge 260 oder so gemacht. Und wir sind jetzt erst bei Folge 120. Das heißt, da kommen noch mindestens 140 Folgen. Und wir waren auch nicht am Ende. Nicht mal gefühlt am Ende bei der letzten Staffel. Also das dauert noch sehr lange. Aber für XCOM 2 ist jetzt der Long-Warmout draußen. Allerdings tut mir leid, dass ich eure Hoffnung jetzt schon gleich so hochgeschürt habe. Und ihr gleich alle das runterladen wollt und spielen wollt. Könnt ihr auch. Ja, kann man ganz normal im Workshop runterladen. Allerdings hat es noch ziemlich viele Bugs. Also für ein Let's Play auf jeden Fall zu viele meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes damit schon anfängt. Aber ich werde das nicht tun. Nicht, wenn so viele Bugs noch drin sind. Und selbst für ein privates Spiel, wo man über manche Bugs mal hinwegsehen kann, ist es mir auch zu viel. Also ich werde da noch eine Weile warten. Bis da ein paar mehr stabile Patches draußen sind. Dann privat mal reingucken. Und erst dann später ein Let's Play dazu machen. Heißt jetzt aber nicht, dass ich warten werde, bis XCOM 1 durch ist. Ich denke, so geduldig bin ich dann doch nicht. Weil XCOM 1 Longboard durchspielen wird bestimmt noch ein Jahr dauern. Ich weiß, das klingt komisch für Let's Plays. Aber jeden Tag eine Folge. Naja, vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Das wird es noch dauern. Aber das Schöne ist, weil die Story von XCOM 1 kann man eigentlich ignorieren. Also man kann den zweiten Teil absolut spielen, ohne großartig im ersten was gemacht zu haben. Klar, es sind Verbindungen da zwischen gewissen Charakteren. Die werden aber auch erklärt. Und egal, was man im ersten Teil macht. Der zweite Teil schließt da an. Das haben sie recht offen gelöst alles. Das heißt, ich werde also den zweiten Teil vermutlich anfangen, bevor ich den ersten abgeschlossen habe. Heißt dann aber auch, dass ich zweimal XCOM auf dem Kanal habe. Muss ich dann schauen, wie ich das mit den anderen Projekten so mache. Oder bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gehypt und froh, dass das Entwicklerteam sich entschlossen hat, da jetzt schon mal eine Release-Version von zu machen. Auch wenn die noch ein bisschen buggy ist. Aber ich denke, dadurch setzen sie sich auch selber ein bisschen unter Druck, da mehr dran zu machen. Und kriegen dann auch Feedback von der Community, was buggy ist und was man besser machen könnte und, und, und. Und ich drücke denen echt die Daumen, dass sie das alles schnell hinbekommen. Auch aus sehr egoistischen Gründen. Weil ich liebe die Long-Warm-Modifikation. Die hat das Spiel so viel interessanter gemacht. Und gerade bei XCOM 2 fehlte für mich in der Vanilla-Version alles. Es war, ja ne, XCOM 2 Vanilla. Ich habe es zwar durchgespielt, innerhalb von ein paar Stunden, ohne irgendwelche Probleme, auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Es war albern. Hat mir echt nicht gefallen. Die Story war okay. Die Grafik war super. Die Ausrüstung war super. Aber die taktischen Auswahlmöglichkeiten waren meh. Und man merkte, dass extra Platz gelassen wurde für Add-ons und für DLCs, die dann doch irgendwie nicht gekommen sind. Und ich hoffe mal, Long-Warm wird das denn ähnlich rumwuppen wie im ersten Teil. Und ich hoffe mal, die Jungs, die an Long-Warm arbeiten, werden auch ordentlich dafür bezahlt. Ich meine, die sind ja in Kahoots mit den Entwicklern von XCOM. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern die da entschädigt werden und einfach nur Rechte bekommen haben oder was auch immer. Aber die haben es auf jeden Fall verdient, von der Firma gut unterstützt zu werden, wenn nicht sogar in das Entwicklerteam für ein etwaiges XCOM 3 eingenommen zu werden. Weil die machen bessere Arbeit als die eigentlichen Entwickler. Wobei, nein, so kann man das nicht sagen. Die Entwickler machen das Grundgröß für das Spiel und die Modder holen dann das raus, was die Community gerne sehen würde. Aber ohne die Modder wäre es halt sehr problematisch. Aber na gut, ich denke, das soll auch erstmal reichen, so als kleine Übersicht, was die momentanen Projekte angeht, was da so in der Zukunft geplant ist. Und wir hören uns dann die Tage. Bye, bye.